Mein Arbeitgeber ist die Firma Phil in Gurten und wir sind eine Sondermaschinenbaufirma im Viertel. Mich macht immer besonders stolz, wenn ich Autos, wo ich weiß, dass wir einen Beitrag dazu liefern, auf der Straße sehe. Und jedes Mal, wenn ich dann einen an mir vorbei rollen sehe, denke ich mir, wow, da haben wir unseren Beitrag geleistet. Mir macht einfach sehr viel Spaß der Umgang mit Menschen oder auch der Spaß mit meinen Kollegen, weil es einfach tagtäglich ein Gaudi ist und das ist einfach schön. Phil steht auf jeden Fall für innovativen Maschinenbau. Also wir haben eine Leitidee, die heißt, wer die beste Lösung sucht, entwickelt gemeinsam mit Phil seine Zukunft und nachdem arbeiten wir auch. sehr gut. Vielen Dank.